Ich wollte eben hier warten. Ich schaue nach, ob sie oben ist. Bist du sicher, dass wir im No Limit sind? Ist gut geworden, oder? Cool. Wo ist denn der Billardtisch hin? Gregor hat ihn aussortiert. Und den Datautomaten. Er wollte alles komplett neu haben. Ich dachte, er wäre nur Geschäftsführer. Nicht mehr. Er hat den Laden gekauft. Gekauft? Hat mir Elisabeth gar nicht gesagt. Von seiner Erbschaft. Nicht schlecht, Herr Specht. Sollte ein Hochzeitsgeschenk für Max sein. Das alles? Das alles. Jetzt wird mir einiges klar. Max wollte Gregor eine Weltreise schenken. Sie wollte ganz weit weg. Alles hinter sich lassen und nochmal ganz von vorne anfangen. Gregor wollte bleiben. Er wollte zur Ruhe kommen. Im Leben und in der Beziehung mit Max. Beide hatten dasselbe Ziel. Aber sie wollten es auf sehr unterschiedliche Weise erreichen. Das ist schwierig, wenn man den Weg zusammengehen will. Schwierig oder unmöglich? Vielleicht war Max Liebe nicht groß genug. Oder sie hatte zu viel Angst, sich endgültig zu binden. Okay. Ja. Aber es war nicht, wenn man den Weg war. Ich war nicht. Ich war nicht. Ich war nicht. Ich war nicht. Aber er war nicht. Musik Musik